Herzlich Willkommen zu den Studierhelden, eure Show. Willkommen zu den Studierhelden, das ist deine Show. Ja, Tor! Willkommen. Klitzekleine Kinder, keine kleine Kirschkernknöcken. Herzlich Willkommen zu den Studierhelden. Heute gibt es lauter lustige Sachen. Lasst euch überraschen. Viel Spaß. Und jetzt tanzen, tanzen, tanzen. Ja, Tor! Wir sehen uns wieder nach dem nächsten Werbeblog. Fit für den Sommer mit Fitnesshorst. Jetzt nur für 4,99 Euro im Monat. Ab dem zweiten dann schon 49 Euro. Und einen Vertrag für die nächsten 24 Jahre. Fit für den Sommer mit Fitnesshorst. Und jetzt Musik. Wir sehen uns wieder auf dem nächsten Mal. Wir sehen uns wieder. Aaaaaaahhhh Jochen kann ich nicht da sein, Aber der offen ist Ja, oder wo mein Name. Frau, mein daes Hand. Ist schon knapp. Raaaaaaaaaaaaaah! Whhhhh! Hhhhhhhh! WKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWK! Jetzt moderiere ich. Jetzt geht's weiter mit Musik. Jetzt geht's weiter mit Anna-Lucias Backshow. Hallo, herzlich willkommen zu meiner Backshow. Als erstes die Waffen klein hacken. Seitens Kekse gerade hinlegen. Drittens, Masse fertig machen. Ihr braucht dazu Mascarpone, Frauenzucker und Bremus. Dann in die Waffeln einfüllen, fertig. Am Ende noch verzieren, wenn ihr möchtet. Er kommt. Das ist mit den Studio NTV. Bis zum nächsten Mal. Das war Studio NTV. Klickt auf ein nächstes Mal wieder rein. Kompeti. Das war's mit dem Studio NTV. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Musik